Im Alpschnipsel Nummer 3 geht es um schwäbische Molltaschen. Was ist das? Auf der schwäbischen Alb sind Molltaschen auf jeden Fall ein Grundnahrungsmittel. Das Wort Molltasche, das bedeutet ursprünglich Ohrfähige. Und im 18. und 19. Jahrhundert hat man zu Molltaschen auch Mollschäller gesagt. Und vielleicht hat die Namensgebung ja auch was mit der Form von der Molltasche zu tun. Denn wenn die richtig gut gefüllt sind, dann sind die doch so aus wie eine geschwollene Backe, die man dann nachher anfähigen hat. Und was kommt alles rein, damit die richtig gut gefüllt sind, die Molltaschen? Also von außen sichtbar ist ja nur der Nudelteig. Und darin wird dann eingeschlagen oder eingewickelt eine Fleischmasse. Im Schwäbischen besteht die aus Hackfleisch, Wurstbrät oder auch Fleischkäsebrät. Dann kommt noch dazu Blattspinat, Knoblauch, Frühlingszwiebeln, eingeweichte Weißbrötchen, also im Schwäbischen sagt man Wicke, dann Eier, Salz und Pfeffer. Die Zutaten, mit denen man die Molltasche füllen kann, die können so unterschiedlich sein, wie die, wenn man sie serviert. Und da gibt es hauptsächlich drei Arten. Also zum einen kann man die mit Brühe servieren als Suppeeinlage oder was ganz beliebt ist, ist geschmelzt, das heißt mit gebräunter Butter, angebratene Zwiebeln, übergossen und dann dazu noch Kartoffelsalat. Oder geröstet und da dazu werden die vorgekochten Molltaschen in Streifen geschnitten und in der Pfanne schön angebraten. Und meistens dann auch noch Zwiebeln und oder Eier dazu. Das genaue Rezept zu den Molltaschen gibt es bei uns schon in der Heimatverliebt Episode 118. Da haben wir zusammen mit dem Kochschwabe für dich ein sehr gutes Rezept zusammengestellt. Doch wie kam es eigentlich zu den Molltaschen und zu ihrem Kosenamen, den bestimmt auch jeder schon markiert hat? Während der Fastenzeit hat der Bruder Jakob im Kloster Mollbronn ein Stück Fleisch gefunden. Und das wollte er halt einfach nicht verkommen lassen. Doch essen hat er es auch nicht dürfen. Also was sollt er damit tun, damit es nicht verkommt und man am Ende der Fastenzeit doch noch genießbar ist? Zuerst einmal hat er es in Salzlache eingelegt. Später hat er es dann in Rauchfang gehängt über dem Herd. Und am Gründommerstag ist er dann hergegangen und er hat das Fleisch schließlich ziemlich klein gekackt und vermischt mit Eier, Wecken, Winterspinat, Zwiebeln und Petersilie. Und versteckt hat er das alles zusammen in so Nudelteigtaschen. Die anderen Mönche haben das dann ganz schildschweigend gegessen. Wie immer halt, ja. Doch die Armen, denen man die Reste geschenkt hat, die lobten das köstliche Gericht außerordentlich. Und so ist dann der treffende Kosename Herrgott's Bscheißerle geboren gewesen. Also könnte auch der Name Molltasche, also von der Wertherkunft her, auch eine Abkürzung sein von Mollbronner Nudeltasche. Und das Kloster Mollbronn, das ist übrigens in der Nähe von Pforzheim, also ein ganzes Stück weg von der Alb. Aber trotzdem noch auf württembergischem Gebiet.